Gibt es da doch irgendwas? Kann ich jetzt überhaupt gegen den Boy? Nein, nein, nein. Du hast noch eine Prüfung zu machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber okay. Wieso brennt die überhaupt alles? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Da schaue ich mir wieder nach. Ach man. Feuer, Feuer. Liegt hier schon einen auf dem Boden? Ich war für ihn nicht verantwortlich und verantwortlich. Oh, Alter. Natürlich verschießt sich da wieder einer. Die Karen geht fest. Oha, wo kommt der Move auf her? Ich bin 38. Chillt mir auf mein Lifestyle. Das sah übelst aus, Alter. Oh Gott, ich bin jetzt schon... Wie alt war ich davor? 26 habe ich, glaube ich, hier angefangen. Eieieieiei, krieg ich nur aufs Maul. Ackstein. Ja. Ich bin ja was anderes. Okay, hier gibt es aber auch nichts, was ich hier eventuell entnehmen kann. Okay. Zeig ich mir, ja. Ja, jo. Ah, da komme ich jetzt gleich zum Schoff, äh, zum Chef. Alright. Dann... hab ich mich grad erschrocken. Ich bin sehr nah. Herr, ich bin dein Schiff. Ich bin dein Schiff. Wie sagt er einen Stab? Ah, ist ja auch ein Stab. Alter, ja, 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 übertreib mal. Ist das ein Assi? Schreck gerne Frauen, Alter, merke ich. Oh Gott, bin ich wie alt? 40? 41, oh Gott. Ja, Gesundheit geht immer weiter runter. Oh Gott, im Eingehen. Ich würde nochmal drauf gehen. Nein, Alter, immer den. Oh, der muss immer einen Schritt zurück. Oh, den trieb voll in die Fresse. Vier. Digga, ich bin gleich 50. Femm und 40. Ich krieg nur auch Small gegen den Typen. Ja, ich darf ihn nicht auf den Mond angreifen. Ja, er darf mich natürlich. Ja, ja, jetzt bin ich 50. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon mit 50 hier anfange. Ja, ich bin jetzt 50. Oh Gott. Ja, ich bin %100. Ja, ich kann das selber laufen. Ja. Ja, ich bin 50. Ja, ich bin 50. Ja. Ja, ich bin 50. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ah! Ja, ich bin ein bisschen. oh ja übertreib mal ich glaube ich will den typen 70 ich werde hier wirklich mit 70 hier rauskommen oder ich bin komplett tot 55 oh da ist er ja oh mein gott ich muss damit arbeiten das wird nix das wird absolut nix ich bin immer aufs vorgegen den typen 61 wo ich rein kann war ich noch ein junger 26 er ist nicht ausgewichen er sieht nicht ausgerissen ja 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 ich bin gleich 70 Oh, ich bin da ausgewichen. Ich hab dir in die Augen piksen sollen, Alter, ey. Ey, ich bin dort. Ah, ne, ich bin auch nicht dort, oh mein Gott. Ich bin 76. Ich bin 76. Ich bin 77. Hm, quasi. Ich bin 77. Oh, ich bin da alte Oma. Ich bin mit 26 reingegangen. Jetzt bin ich 76. Ich hab sowas von Osmo gekommen, das warte ich mir nochmal. Oh Gott, ey. Oh Gott. Wieso ist hier so dunkel? Auf Wiedersehen. Zum το.